Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardio Valley. So, mal schauen. Steht heute irgendwas an? Auf dem Kalender? Nee. Nächste Woche Donnerstag ist Jodie's Geburtstag. Und auch danke für den Tipp, dass... Ja, eigentlich... Ach guck, wir haben ja sogar noch eine Höhlenkarotte. Haben wir den Auftrag noch? Lieferung an Clint. Höhlenkarotte. Jawohl. Oh, das wollte ich nicht. Wir haben ja noch eine. Das ist sehr gut. Zu Clint wollten wir ja heute sowieso, ne? Ich habe gehört, Clint freut sich auch über Geoden. Dann können wir da auch direkt mal noch was von mitnehmen. So, Quarz wollte ich ja jetzt mal immer einen dabei haben. Mal ein bisschen vorsorgen hier. Okay. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit meiner Stimme tatsächlich. Das hält sich relativ hartnäckig. Guck mal, wie lange habe ich jetzt schon damit zu tun, dass ich... Gut, ich will jetzt nicht mehr sagen, dass ich jetzt richtig erkältet bin, weil ich finde, ich bin jetzt nicht mehr richtig erkältet. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Heute haben wir auch wieder vier Eier. Hm. Mysteriös. So. Die Eier nimmt übrigens auch Alex sehr gerne, weil der ist ja Sportler, der trainiert ja viel. Und Eiweiß ist ja immer gut fürs Training. Sieht wirklich glücklich aus. Ja, aber wir können da immer noch ein bisschen was dran tun. Sterben einem die Tiere eigentlich auch irgendwann mal weg? Oder nur, weil man sie irgendwie vernachlässigt und sich nicht gescheit drum kümmert? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Warte mal, hatte ich hier in der Truhe... Wo hatte ich denn meine Zaunteile? Da hatte ich keine Zaunteile drin. Ja, da habe ich Lehm. Den habe ich sonst noch in der anderen. Da kommt gerade wieder Kamera-Weneböe. Ich finde das so schön hier mit den Jahreszeiten. Ich finde das so schön gemacht. Ähm. Hier habe ich Mauerstücke drin. Müssen wir mal gucken. So, um die Felder kümmere ich mich nachher erst, würde ich sagen. Da hole ich dann erstmal die Hacke von Clint. Das macht jetzt nicht unbedingt den allergrößten Sinn, sich darum zu kümmern. So, jetzt ist die Frage, wo setzen wir... Da kann ich das nicht ansetzen. Dann würde ich tatsächlich die Mauer hier ansetzen. Huch. Da sollte sie jetzt nur nicht hin. Da. Dass ich dann das hier so einzäune. Oder so. Hätte ich mir jetzt mal so gedacht und vorgestellt. Aber das Gute ist ja, die Kühe laufen einem ja sowieso nicht weg. Oh. Mamamou und Shunomo. Ich finde Shunomo einfach so süß. So, kommt raus, ihr zwei. So, die suchen sich dann nämlich jetzt hier schon ihr Gras. Aber irgendwie... Aha, jetzt kommt die zweite auch. Okay, traut euch, traut euch. So. Ja, und dann geht es jetzt ab zu Clint. Wir holen uns unsere Hacke ab. Da ist noch eine Nuss, die wir einsammeln können. Oh, guck mal da. Da ist endlich mal eine Pflaume. Nee, die will ich nicht essen. Sehr cool. Die Wildpflaume. Das heißt, wir können auch heute die Sammelsammlung fertig machen im Gemeindezentrum. Sehr nice. Sehr nice. Ich freue mich. So, aber trotzdem geht es erstmal zu Clint. Erkennt der, wenn wir das jetzt hier... Nee, hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Ich würde gerne mal Sebastian begegnen, dass ich dem mal einen Quarz an den Kopf werfen kann. Und was sich dann immer noch drüber freut. Wenn ich ihm den mit Schwung gegen den Kopf werfe. Hm. Man weiß es nicht. So, hier eine Geode. Möchte ich ihm gerne schenken. Wie gesagt, wenn ihr seid, der freut sich drüber. Ach ja, hier die Höhlenkarotte. Genau, die wollen wir ihm ja noch geben für den Auftrag. Hallo, Kaddi. Höhlenkarotte. Genau, was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mal sehen. Hier ist dein Geld. Joa, vielen Dank dir, Nick, Clint. Hast du keinen Job oder so? Was? Ist meine Hacke noch nicht fertig? Da müssen wir uns morgen mit dem Amaranth beschäftigen. Äh. Hat er sich jetzt nicht drüber gefreut? Aha, doch. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir von vorne ran. So, wir haben unsere Kupferhacke bekommen. Und dann bricht mal bitte noch unsere beiden Geoden auf. Oh, da ist was Neues drin gewesen. Äh, Auri-Pigment. Okay. Und Steine. Okay, das sieht ja cool aus. Das möchte ich gerade gerne direkt mal ins Museum bringen. Und da lesen wir uns dann auch direkt noch durch, was das ist, würde ich sagen, oder? Oder machen wir das mal mal anders? Das legen wir mal da hin. Oh, eine neue Belohnung kriegen wir jetzt wieder ein Bild. Ne, aber einen singenden Stein lässt einen puren Ton ertönen, wenn er geschlagen wird. Oh, cool. Ist ja nice. Ist auch riesig. Ja, ich glaube, ich muss langsam wirklich mal meine Wohnung vergrößern hier. Weil langsam wird es eng, wenn das so weitergeht hier. Langsam wird es dann wirklich eng. So. Hm, da haben wir nichts bekommen. Aus den Mülleimern. So, guck mal da. Da haben wir noch wieder... Nee, die will ich nicht essen. So. Wir geben jetzt, wie gesagt, erstmal unsere Sammlung ab. War das hier? Nein, bloß nicht. Nee, das waren die Nutzpflanzen. Die machen wir nicht. Hier wollen wir hin. So. Bündel komplett. Was haben wir jetzt bekommen? Herbstsaat. 30 Mal hier... Ach, du Scheiße. Hm. Das heißt, ich kann jetzt weitere 50 Felder anlegen. Joa, ne? Dann haben wir ja ordentlich was zu tun. Du meine... Ach, da liegt ein Stein. Dann dauert das ja jetzt jedes Mal ewig, bis wir uns um die Felder gekümmert haben. 50 durch 8 geht leider nicht. 48 durch 8 würde gehen und gäbe 8. Wenn ich jetzt 8 Sprinkler bauen würde, wie teuer ist dann ein so ein Sprinkler in der Herstellung? Das ist aber der schlechte. Goldbahn und sowas. Nee, hab ich ja alles nicht. Das hier kann ich alles nicht wegmachen. Boah, dann müsste ich das jetzt quasi hier anlegen, das Feld. Oh, Schande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich mach das andere lieber hier hinten hin. Ansonsten, ich kenne mich. Ich hau mir meine komplette Saat weg. So, und davon jetzt 5 Reihen. Oh, du meine Güte. Es wird ja nochmal genau so ein Riesenfeld wie oben das. Ich hoffe auf ganz, ganz viele regnerische Tage. Hätte ich das doch mal eher genommen, dass... ...dass pflanzliche Erzeugnisse mehr Geld bringen und nicht die tierischen Erzeugnisse, dann wäre ich wahrscheinlich mittlerweile schon Millionär. Okay, nicht ganz so krass, aber... Ja. Wir müssen auch gucken, ich brauch dann ja, wenn ich das hier hinten hinbaue, brauche ich definitiv noch eine Vogelscheuche. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Dass ich niemandem ein gescheites... Fasern, 20 Fasern brauche ich dafür. Warte mal. Den Rest habe ich. 20 Fasern. Wie viel habe ich? Neun. Haha. Elf Stück brauche ich noch. Hm. Ich habe hier gar nicht mehr so viel von dem Zeug. Da haben wir noch gemischte Saat bekommen. Die können wir dann hier oben noch beiklopfen. Okay. Jetzt müsste man aber doch eigentlich langsam... 21. Sehr gut. So. Zweimal gemischte Saat hier oben noch. Dann haue ich die mal... Alter, Leute. Wir haben hier demnächst... Wir haben hier Felder, die wir uns kümmern müssen. Da sind wir den ganzen Tag jetzt demnächst mit beschäftigt. Ich muss mir da echt mal was mit überlegen. So, die Vogelscheuche. Die stelle ich mal da hin. Jetzt machen wir hier erst die Herbstsaat 20 mal hin. 30 mal meine ich. Klar, ich hätte mir jetzt natürlich auch was davon aufheben können, dann für den nächsten Herbst oder so. Und dann nicht alles gleichzeitig anbauen. Aber... So, und das hier scheint ja auch was zu sein. Da stand ja irgendwie, glaube ich, dass ich die Sense zum Ernten brauche. Das scheinen irgendwelche Gräser zu sein. Wollte ja Marni gerne haben für ihre Kühe. Gucken wir mal. So, da habe ich jetzt zweimal zu viel gegossen, aber macht nichts. So. Und da, da. Guck mal hier. Merkt ihr, es wird schon langsam dunkel? Wir haben schon 18.10 Uhr. Und ich fange jetzt erst mit der Feldarbeit an. Okay, das ist normalerweise auch nicht unbedingt immer so. Das ist jetzt heute mal so, weil ich einfach erst noch die Hacke abholen musste und solche Scherze. Aber ist trotzdem krass. So, holen wir direkt nochmal Wasser. Hier hinten den Kuhstall können wir jetzt zumachen. Unsere Kühe sind beide im Warmen. Das Pferd parke ich hier. War das jetzt gerade eben mein PC oder war das mein Handy? Eigentlich ist mein Handy auf lautlos. Sollte es zumindest sein. Nein, verflixt. Jetzt habe ich nochmal die gegossen. Das wäre hier wahrscheinlich sogar sinniger, wenn ich das so mache, weil dann habe ich hier wenigstens, kann ich hier wirklich Reihe für Reihe gleichmäßig gießen. So, dann müssen wir gleich noch gucken, was wir alles verkaufen können. So. Jetzt das hier noch. Unten das kleine Gammelfeld haben wir ja auch noch. Ja, es ist ein Gammelfeld, weil es ultra gammelig angelegt ist. Der eine Mais. Der eine Mais. Ein Mais sieht zu Knechten. Jetzt habe ich eins dafür das kleine Bisschen kein Wasser mehr. Oh du, meine Güte. Ich glaube, ich habe mir hier etwas zu viel Feldarbeit zugemutet. Oder zugetraut. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Heute kommt gar nicht so viel zum Verkaufen weg. So, das hier kommt direkt noch mit zu der Deko. Okay. Da ist der Lehm. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir hier am heutigen Tagesende angekommen. Viel Geld haben wir heute nicht gemacht. Aber wenn das alles erntereif ist, du meine Güte. Du meine Güte. Jetzt wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis wir... Bis wir entsprechend viel Geld haben. Dann vielleicht auch noch Sachen weiter aufzuwerten. Holz wollte ich ja auch noch hacken, aber das erst, wenn es regnet, dass ich da nicht die Zeit vorher mit Hofarbeit verschwende, um dann die Küche anbauen zu können. Und ja, ich habe es total vergessen. Jetzt, wo ich die Hacke aufgewertet habe, kann ich aber ihr genauso wie mit der Gießkanne immer mehrere Felder auf einmal hacken. Und nicht nur eins. Das habe ich eben ganz vergessen. Aber macht nichts. Ich verabschiede mich für heute von euch. Bedankt mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.